Auf den Moment haben Sie jetzt sicherlich alle gewartet. Wir haben ja diesmal keine echte Wahl gehabt, sondern wir haben eine Bewerberin gehabt, die sagt, ich stelle mich zur Verfügung. Wir hätten uns natürlich gewünscht, wie beim Goldenen Apfel, elf Bewerber, wo wir dann gewählt hätten. Aber diesmal haben wir es umgekehrt gemacht. Und warum nicht? Es hat auch gut funktioniert. So, gleich passiert der dramatische Moment. Wir werden uns teilen. Ein Teil nach links, der andere Teil nach rechts. Und dann werden Sie den Blick haben. Mädels, seid ihr stark da? Ich zähle. Drei, zwei, eins. Applaus Applaus